Das ist nicht für alle, meine sehr verehrten Zuhörer. Okay, wo waren wir? Nur eine kurze Erinnerung der heutigen Diskussion, Team-Folks. So, was ist das? Ein ziemlich voluminöser Typ, mit unlitten Pippen in seinem Mund. Katze, was meinst du? Nein. Hi! Hey, 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 hey. Grüezi, mein skinny Freund. Oh mein, hey da. Schön, dass jemand freundlich zu treffen. Hehehehe. Habt ihr mit diesen Gramps hierher gesprochen? Ah. Nicht sie zu schmerzen. Das ist Standard-Foreigners-Procedure. Standard-Procedure? Das muss eine kulturelle Barriere-Sache sein. Ich bin befreit. Ich bin Angst, dass es nicht für dich zu erklären ist. Also, lass uns einfach das Handy anziehen. Also, was ist das, was du mit mir zu sprechen möchtest, Sonny? Äh. Mein Name ist Buzz. Buzz Kerwin. Mein Name ist Buzz. Buzz Kerwin. Luca, der Coachman. Und dein Service. Wie geht das Coach-Business, Luca? Ja. Bist ein Kutscher? Ja! Das war ein Gedanke. Ja, okay. Wenn ich jetzt nach Berlin will, würde ich auch GPS brauchen von Rumänien oder was. Was ist die? Das ist Rosi. Das ist Rosi. Internet in der Welt, Freunde. Dass Rumänien das schnellste Internet der Welt hat, bezweifle ich jetzt aber dann doch mal. Continue. Don't you have any kind of tech support? Everyone who was good at computers moved away years ago, sadly. Tech support should be on its way. Unfortunately with no GPS and the treacherous terrain plus this weather, who knows when they'll arrive. Ähm. Was würde ich dir sagen, dass ich der technische Support bin? Well, you'd make Luca a very happy man. See? My love life. Wo geht das jetzt hin? Yes. Why am I about to pour my heart out to a stranger? Weil du sonst niemanden hast? Weil du weißt, dass ich vertrauenswürdig bin, ja? Hmm. Because you know I'm trustworthy. You can see it in my eyes. Yeah, genau. Oh. Look, my friend. See that beautiful Wittress over there. Hmm. Her name's Anna. The prettiest name in the world. Hmm. Just listen to it. Anna. Oh, no. Bitte sehr still. Luca is so in love with her. Äh, sorry, but what does this have to do with the GPS and internet being down? Well, this isn't the middle ages, Buzz. I can't just walk up and talk to her like some troglodyte. What is this? You can't? Hahaha. No, no, no. Of course not. Not in this digital day and age. Ach so, du willst ja in SMS schreiben, oder? I can't rest until I see which way she swipes for me on garlic. Is that some kind of dating app? The best there is in Transylvania. Das transylvanische Tinder. Nimm mal diese Tzuzka-Sache. No, 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 thank you. Got to keep a clear... Ne, nein, ich muss saufen. Nicht du. Hey, man. Do you have any idea what I could do so it doesn't hit me like a freight train? Ah, I remember reading about that on a freight train. Forum recently, but my memory isn't what it used to be. If only the internet was working. Okay, schöne Pfeife. Nice pipe. Thanks. Warte mal, wo ist der schwarzer Hund? I haven't smoked in 24 years, but I feel it gives me some facial balance. Facial balance. Okay. Hm, was nass du da? What are you eating there, Luca? Oh, just had my Mammaliga. But I'm afraid it's all gone. Mammaliga. Do you think I could have the little cauldron? I'll bring you back. Well, uh, sure. As long as Rodica doesn't notice. Hold yourself. Okay. Wir haben nen Topf. Hm. Was, wenn sie einfach nicht auf die steht? Oh, look, I will just look for another girl. I guess. I need to know. First, can't make any moves before that. Oh, that's a very mature way to see things. Nice. Eh, life is too short to cry over spilled milk. Das ist ein transsylvanischer Hipster. Okay. Wenn ich sie für die Frage. Was ist das? Vierter Grade des 18. Jahrhunderts? Ha. Ich werde aus dem Inn verletzt. Ähm, ja, okay. Wir müssen also das Internet fixen. Talk to you soon. Dazu brauchen wir aber unser Passwort. Dafür brauchen wir erst ein Y. Ähm, brr. Haben wir mittlerweile ein Y? Nö. Ja. Ja. Los, lauf schneller, 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 lauf schneller. So. Wir gehen in diese dunkle Gasse. So. Beleuchtetes Fenster. Ein einziges solitärer, litter Fenster. Wer ist da drin? Und warum? Warum habe ich mir sogar das Licht angemacht? Weil die erste Person, die Licht angemacht hat. Nein, wir lassen uns nur jemanden, das ist. Okay. Nico! Hallo, Nico! Hast du da ein Handy? Ein Gameboy? Was ist das? Hast du vielleicht ein Y für mich? Ja? Ich denke, ich werde das machen. Hi! Hallo, junger Mann. Was ist denn? Ich bin auf meinem Telefon. Ich kenne dich? Ich bin nur freundlich, das ist alles. Uh-huh. Uh-huh. Net. So, what are you playing? Call of Beauty. I thought shooters sucked on mobile. Call of Beauty is not a first-person shooter. It's a survival game. Survival game? Really? Yeah, really. Yeah, real. You roleplay the supermodel and every once in a while, you have to survive on no food before a show for like three or four days. That's terrible. Games have changed since your days, old man. Everything is realistic now. Disturbingly so. No matter what is the city. Nice place this town. Nothing ever happens here and I can't even get data on my phone anymore. But yeah, great place. Great place. Well, if you looked up from that screen every once in a while, you'd see that it is. Oh geez, you're one of those, aren't you? We get it. You grew up hitting a ball against the wall, not glued to the screen. You were so much better off. Thanks for the insight. Bye. No, no, that's not really what I meant. I was a nerd just like you. Oh yeah, you're totally hip to geekdom and down with the youth, pups. Have you seen a girl called Peace around? No, I haven't. Because I'm one of those losers who won't look up from their screen at the real world. Right? Oh God, yeah, see you. Later. Uh-huh. I think it's this kid's slingshot just lying in the grass. Hmm, got the clothes. Nah, I can do it. Nah, I can do it. That's a cool slingshot you got there kid. Yes, isn't it crazy that I know about more than just computer screens and video games? Mind-blowing, I know. Oh come on, mind if I take a look at it? Yeah, cause I'm just giving my deadly slingshot away to a stranger. Sure. Ahhhh. That thing does not look deadly. It's only made from the toughest wood you'll find around this part. Not virtually unbreakable rubber band. And I've used industrial grade glue to put the thing together. Not only is it deadly, it's indestructible. Hm, I bet I can take it apart. Easy. Ha, really dude? Ron, what are we wagering? Just the satisfaction of being right and in the other guys' face, kid. Ha! Okay then, it's on. Later. Ha! In your face, kid. Man, that stuff was powerful. Ha! So, was sagst du jetzt? Ich hab deine Schleuder kaputt gemacht. Nanananana. Hey! What do you know? An Ex-Slingshot. You must have cheated or something. Just admit defeat, Junior. Fine. Who cares? I was bored of that thing anyways. So, can I keep the parts? Whatever. Das ist richtig nett, ja. Das ist richtig nett, ja. Das ist richtig nett, ja. Äh, 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 äh. Komm, ne, ne, ne. So, wir haben aber einen Y. Eine Kunstkritikerin. Oh, mhm. Das ist der Obst Kunst. Katze? Okay. Hallo Mensch. Hi, da. Ich konnte mich aber erkennen, dass du das Mural da examinierst. Hm. Entschuldigung? Oh, ja, tatsächlich bin ich, ja. Hm. Kannst du mir nichts darüber erzählen? Warum, natürlich. Äh, natürlich. Du siehst, dass es eine bestimmte Ambiguität gibt, in der Viva- und entscheidend historische Untertonen der disjunktive Perturbation, die im Kunstwerk in der Kunstschutzung essentiellement Transitionale Braschwerk ist. Wie sollst du nicht sagen? Äh... Natürlich. Du musst mich überraschern, dass diese Hände überraschern, die überraschern, die die, die natürlich resonant, speziale Verhältnisse, zwischen der reduktive Qualität der Länen und der Verpflichtung zu einem regelmäßig formellem Behandlung auf der Artikeln. Eigentlich... Was du musst verstehen, ist, dass das Werk erhebt seine eigenen Ecke mit seinem psychischen Interessens Dialog und sogar sich repliziert, paradoxisch zu verhindern, irgendwelche Allusion zu einer mito-poetischen Realität. Was? Was kannst du mir über diesen Bus-Ticket sagen? Was kannst du mir über diesen Bus-Ticket erzählen? Eine incisive Voyagerie-Metaphor, rektangulär entkastet in ein obvieslich fantastisches Hommage zu äußeren Feuchtigkeit und kvalchende Materialismus. Was? Was halten Sie von diesem Kessel? Was denkst du von diesem Kauldron? Eine unverlössendlich allusion zu körperl, gastronomische Inslaven, in der fast puritanischen Form der Hemisphäre, schritten aus sacrosanctem Hunger, sowohl tellurisch und spirituell. Du hast es auf der Kopf geschlagen. Äh, was bedeutet das? Ja, aber was bedeutet das? Was bedeutet das? Wollen Sie sich aufmerksam, junger Mann? Es signifie, dass ein Structuralist-Paradigm, unter dem der der Structuralist-Paradigm, ist entstand mit interpolationen post-dialektischen Musiken, die nicht rechtlich ignoriert werden können. Das übersimplifiert aber ja, okay. Was ist die Signifikanz des dividiertes Herz? Es ist sicherlich ein Koroller der coronären die Opacität und quintessentale Divergence der pervasiven ästhetischen Hierarchien in der Artists' Oeuvre. Oeuvre. Ich agree. Ja, aber dieses y-förmige Ding! Ich habe dieses y-shape-Thing. Ah, ja. Aber schritten, was ist in einer Leiter? Wenn du es schritten, schritten, schritten. Wenn du es schritten, schritten, schritten. Ich wäre sehr überrascht, wenn du es schritten schritten, schritten, schritten. Und wir verlieren das gut wir oft mit schritten. Was? Was? Ja, aber ich habe dieses schritten volles Träsch. Was? Es ist schritten, 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 schritten. Und ich habe das schritten, so wie es schritten, wie es ungewöhnter in der Art. Aber ich auch es schritten, so wie es ist. Es ist schritten, wie sie sagen. Was ist mit diesem Handschu? Was denken Sie an diesem schritten, zwischen Univerzalität der Wahrheit und theoretischen Grenzen ist, zu einem neuen Wissen, die sofort sind und sind. die sind. Was start as a triumph soon becomes manipulated into a tragedy of circumstantial, amorphous extrications of shape and content. like shimmering replicas becoming anthropomorphic emerging through critical practice resulting in intermittent forms that become distorted enough to reflect true nature as solipsistic consumers of conformity but what about the glove oh there's a glove hi transport means ni our ninth c considerations as co Die Elastizität nicht elisitiert post-conscious, vage, subkulturelle Impulse, um es zu machen, boioioing. Das macht es eigentlich so. Es ist ein postmodernes Homo sapiens sapiens Volens Nullens duty, zu resisten. Sustinet abstine, ab ovo, usque, ad mala. Okay. Wir hatten alles, oder? Ich lasse euch zu einer Kritik. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ein Spotlight, der das hartes Ding auf der Wälder soll sein, glaube ich. Es funktioniert nicht. Keine Lichtbulbe. Sie ist ziemlich breit, aber es würde nicht funktionieren. Es braucht eine Lichtbulbe. Gehirnformen. Hm. Ein hartes Mural. Es hat wie ein Zirkel in der Mitte und, äh, ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist dein Gehirnformen, ja. Okay. Verblasstes Wandbild. Es ist ein verblasstes Porträt eines Mannes mit einer färglich intensiven Stärkung. Es ist, es ist etwas über ihn. Es ist etwas strange, aber familiar. Hm. Schöner Balkon. Nett, ne? Oh, Mann, was ein nötiges Balcony. Ich würde gerne einen so wie das haben. Imposante Statue. Don Imagos, Artist, Kreator, Direktor, Akter, Visionärer, modern-day-Viking. Er brachte wichtige Beiträge zur Art von Indie-Game-Making in Transylvania aus den distanten Landen der neuen Welt. Oh nein, kein anderes Tourist-Infospunkt. Schade. Schade. Ähm. Jetzt gehen wir da auch noch rein. Hm, hallo. Wunderschöne Weiden. Da wohnen bestimmt Heiden. Meine Worte. Das ist... Das ist witzig. Das ist meine Zuhause, Kid A. Sie interessiert nicht. Sie geht nicht irgendwo. Hm. Wunderschön. Das ist... Das ist... Das ist witzig. Sie geht gar nicht. Joa. Breathtaking. Wandgemälde. Okay. Guck mal, das sind Katzen. Ein intrikate Monochrome-Mural in starker Kontrast mit den intensiven Farben rundherum. Es scheint eine ziemlich konvolutete Geschichte zu erzählen. Hm. Er nimmt den Drachen und würgt ihn. Und da laufen Katzen rum und... Schön. Katze, was meinst du? Kannst du dich selbst, Herr Art-Kritik? Hm. Kannst du nochmal genauer angucken? Ein intrikate Monochrome-Mural. Ne. 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 Wann. Welcher Text? Benutzen. Ja, ist okay. Danke. Oh. Stadtmauern. Es sind die Stadtmauern. Du kannst fast hunderte Jahre der Geschichte... ähm... Leak... von... Ich bin nicht gut an das. Nein. Alter, Mann. Warte mal. Bist... Ne, bist du eigentlich dieser? Wir haben ja schon unseren alten Mann gefunden. Hi. Äh... Good evening. Sup, Bro. Good evening to you, young man. Hm. Was für ein Anblick, wat? Boy, what a sight, huh? Ja, 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 das ist super. Die rollenden Hände, mit ihren Schäden aus hoher und weißen Flüssen. Die geltend grazenden Hörden. Manchmal wünsche ich, dass sie den anderen Weg umgelegt haben. Aber ähm... Ich glaube, dass du den Mural des Gemäldes ausmachtst. Hm... Ist das Gemälde alt? Hm... H, 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 h. Old? Yes. Older than most things in this town. How old exactly, though? I cannot tell you. Gibt es eine Geschichte dahinter? Yes, there is. But do you have the time to listen to it? Ja. Ja. Worn defenders of the town could not defeat the dragon, but could not live either, so they sent an innocent young shepherd girl by the name of Miwara and her dog Azor, back for the Solomonar's assistance. Miwara and Azor's journey up the mountain was not without peril. See? The Solomonar had laid many traps and cunning magical obstacles to stop anyone from disturbing his ritual. But Miwara and Azor were smart and agile and resilient, so they made it to the mountain top and told off the dragon's attack. But the Solomonar was red with anger and could not see beyond the fact that a girl and her dog had conquered his defenses. And since they had proven to be smart and agile and resilient, he transformed Miwara and Azor into a black and white cat. But forever cursed to roam the hills and mountains without ever resting again. Then, he did make his way down to Formaris and found it in smoldering ruins. And the masks all but defeated, making their last stand against the beast. He fought the dragon for three days and three nights and finally crushed it down into the mountain, burning it in the bowels of the earth. Afterward, he cried tears of remorse for foolishly cursing the shepherd girl and her dog and erected a monastery in their remembrance. That castle above the town that everyone fears, its stipple is all that remains of the monastery the Solomonar built ages and ages ago. Hmm. It became corrupted and some folks say that it's from the evil that the remains of the dragon still hold. I hear the masks are once again guarding the castle now that its rightful air has returned. But who would risk going all the way there to see if it's true? Not many, dear. Not many. Wow, that was fascinating. I'm glad to hear you say that, young man. I'm still scared of the wilderness, but for how long? No one really knows or cares about it other than me and the masks themselves. Maybe once I'm gone, so it shall disappear into oblivion. Let's hope not. Schreib sie auf. I'll be off now. Have a nice evening. You too, young man. Goodbye. T-R-iay Merely 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 Das ist eine Katze, mit einem Katzen auf einem Lüsch. Behave, kiddie. Ich weiß, ich weiß, du hast nichts gesagt oder gesagt, nur zu sagen. Hallo, kleine Katze. Hi! Mein Name ist Buzz und das ist mein Katz, kiddie. Schön, dich zu treffen. Ich bin Maria und das ist Ksskss. Was in dem Namen von allem, was sacred und holy ist? Deine Katze kann sprechen. Ja, sie kann. Für ein paar Worte, die Leute nicht immer so sehen. Oh, mein Gott. Ist sie magisch? So magisch, wie sie kommen. Cool! Was ist dein unheimliches Hühnchen? Er ist kein Hühnchen, Silly. Kannst du nicht sehen, dass er ein Katze ist? Wir sind wirklich die Definition hier. Aber warum er sie schwebt? Na gut, er wurde von einem Katzen, Duh. Sein Adoptive-Mamie ist ein Kropathien-Siepdog. Oh, schön. Ein wirklicher Kind von... Das ist eine sehr cool und unigke Geschichte. Also, sein Name ist Kusskuss. Ja, das ist wie du ihn erinnert. Ich möchte ihn etwas anderes nennen, aber ich habe noch nichts mehr gemacht. Ja, das machst du so. Du verstehst? Kss, kss. Kss, kss. Kss, kss. Kss, kss. Heute ist der 14. Pramsab läuft aus. Pramsab verfügbar am 14. Können die das mal fixen? Du musst genau bis zur richtigen Uhrzeit warten und immer wieder aktualisieren. Das ist, äh, ja. Hast du zufällig ein schwarzes Mädchen gesehen? Das, äh... Hast du gesehen, dass du eine schwarze Mädchen gesehen hast? Nein, ich hätte das nicht vergessen können. Äh? Almost jeder von hierher ist schwarze. Das ist so schwarze. Well, es hat nicht so lange in einem Zeitpunkt, oder? Nein, und der Wind hat gerade so verrückt. Der Wind ist aus der Blühe. Das ist, warum ich nicht mehr in den Hälften kann. Aha. Ich bin ein Tourist. Ich bin ein Tourist. Was kannst du mir über Fodumaris erzählen? Nun, jeder sagt, dass hier nichts passiert. Also... Gott, ich hoffe, das ist wahr. Bis später, Maria. Tschüss! Warte mal. Gast auf Fenster. Mal reingucken. Man, das ist ein schönes, warmes, besitztes Fenster. Okay. Danke dafür. Oh nein, wir haben das Radio angelassen. Oh nein! Ich hab mein Y. Ich hab den Buchschlauben! Ich hab die Lieder. Okay. Du brauchst den Illuminator. Was? Was ist ein Illuminator? Hey, ich hab Licht. Was? Du wißt, was zu tun mit dem, oder? Wie viele Leute tun das? Nein. Nicht wirklich, nein. Illuminator geht erst. Dann, du addest die Lieder. Und beginnst nachzudenken. Was? Kannst du ein bisschen mehr spezifisch sein? Das alte Corvinus-Heart? Lass diesen Scheiß auf. Dann, addest die Lieder. Dann, beginnst nachzudenken. Was? Alles klar jetzt? Ich glaube. Okay. Ich hab's verstanden. Was? Äh, wir sollen das Herz, äh, im übertragenen Sinn teilen.